aloha freunde part 30 wird spielen cube life und ich hatte ja eigentlich vor mich hier ein bisschen auf der insel aufzuhalten und ein bisschen was zu machen aber das werde ich lassen denn im letzten part haben wir gesehen dass es riesengroße spinnen gibt und die möchte ich natürlich auch platt machen allerdings brauche ich dafür andere waffen und ja nerven ich sehe noch mehr und eventuell auch rüstung weswegen im letzten part haben wir eine rote spinne gesehen erledigt ja wir brauchen rüstung davon haben wir uns ja bis jetzt noch gar nichts gemacht und wenn ich jetzt einmal das boot habe dann sollte ich doch mal das ausnutzen und die ordner nehmen wir noch mit dann sollte ich das definitiv ausnutzen und ich glaube da reicht meine axt nicht doch hat gereicht schön das ist eine größere aber wie ich sehe da müssen wir uns hoch bauen was habe ich denn noch schon 56 mal eisengeil was trinken leben ist auch wieder voll wo war das jetzt ja wir werden jetzt noch ein paar andere gegenden erkunden denn an die spinnen wag ich mich dann erst später ran wenn ich soweit erstmal aufgelevelt bin beziehungsweise ordentlich rüstung habe ordentlich warten weil ich kann mir echt vorstellen dass es dort was richtig richtig gut es gibt vielleicht diamanten noch ein bisschen gold mal schauen patroon haben wir ja hier schon gefunden die doch mal aber auch stehen würde ich sagen so das war das scheint es gewesen zu sein und wieder runter da ist noch eine perle habe eine muschel ich hoffe dass eine perle wo ist es denn wo habe ich Da vorne. Da brauche ich erstmal meine Karte. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier oben. Da würde ich sagen fahren wir entweder nach oben, Norden oder nach Westen würde ich sagen. Weil vom Osten her kommen wir. Wir sind Ossis. Wir sind hier wirklich einer. Und von Süden... Ja ich will mich verarschen. Ich gehe auf den Schiff. Super. Und Süden technisch... Ja okay. Ja da waren wir schon was das auch immer ist. Ich muss da nochmal gucken. Ich bin da. Geht schon wieder nicht. Ich glaube... Diese Gegenden sind noch nicht frei. Ja na klasse. Diese Gegenden sind noch nicht frei. Scheiße. Ich brauche das Boot. Naja dann lassen wir nochmal neu. Bis gleich. So dann suchen wir mal unser Boot. Nee jetzt nicht. Da ist es. Oh ich bin da mal trinken. Ja klasse. Hallo. Das nervt so extrem. Und los geht's. Jetzt ist natürlich unser Ding weg. Na die Klappe. Hallo komm. Das gibt's nicht. Wir konnten ja uns sehen. Das heißt ihr schneidet euch wieder. Bis gleich. So. Wo ist denn unser Boot? Da ist es doch schon. Geh weg. Geh ja weg. Das ist das. Schwinde. Na los hau ab. Du. Ich werde hier von allen attackiert. So. Geh weg. Nö, 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 seh kein Hai, seh kein Hai, seh kein Hai, ja danke, ich soß mein Boot eigentlich schon fast wieder im Arsch, toll. So, wollen wir mal gucken, wo geht's denn jetzt hin? Norden geht nicht, versteht das nicht, warum komme ich nicht in Norden, vor allem bei F3 war ich ja schon kurz im Norden. Ist das wieder irgendein Fehler ist oder ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir aber erstmal in den Westen. Ist denn das schon wieder, ich krieg ne Macke. Wir kommen nicht in diese Regionen. Warum? Ja, das nervt so ungemein, ich versteh das nicht. Ne, ich war nicht dort. Seht ihr das? Das wird mir kurz angezeigt, äh, C4 wird wirklich kurz angezeigt, aber da kommt man nicht hin. Liegt das an meiner Version oder ich hab keine Ahnung. Ich muss mir mal ein paar Let's Plays angucken. Weil das ist echt seltsam. Da komme ich hin, seltsamerweise, das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem würde ich halt gerne einiges erkunden. Und so funktioniert das aber nicht. Ach man, ach man. Jetzt habe ich schon ne Boot. Aber wir müssen Perlen sammeln, weil das Boot ist bald kaputt und, ähm, noch ein Boot gibt es bei den Ureinwohnern nicht. Was ich klaren könnte. Ja, das heißt, ich kann mir nur eins eintauschen. Dafür brauche ich aber Perlen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich eigentlich habe. Wir sind jetzt auch weit von unserer Heimatinsel weg. Jetzt will ich aber auch mal wissen, ob ich jetzt nach, äh, Westen komme. Ich darf wahrscheinlich auch mal von ganz vielen Hain überfallen. Ja, komm. So, wo bin ich? Lass mal speichern. Sicher, sicher. Und dann geht's weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Komm ich jetzt hier hin oder nicht? Nein. Das gibt's nicht. Toll. Gibt's hier Haie? Nein. Doch. Hier war ich aber schon. Aber ohne Boot komme ich hier wieder nicht weg, oder? Das ist nervig. Ich glaube, ich sollte den Stand hier nochmal neu laden. Ja, wisst ihr was, mache ich jetzt auch. Das ist doch nicht mehr normal. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dieses blöde Spiel lädt wirklich eine Minute lang. Also das ist echt heftig. So. Haben wir hier auf der Insel schon groß was gemacht? Ich lasse sofort mal hier. Oder waren wir hier nur mal so zufällig? Wir sind ja mal drüber gerannt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier ja schon mal eine Arda, die wir mitnehmen, natürlich. Auf der anderen Insel die Arda hat es ja erledigt. Das nervt, dass das so schnell abbaut, das ist Wahnsinn. Ja, hier ist ein bisschen was drin. Na? So. Das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Gut. Nein. So. Das ist aber wieder jetzt Kohle. Ja, Kohle. Ich weiß nicht, was ich mir zu viel Kohle will. Aber erstmal mitnehmen. Das sind ja gerade einmal hier. Oh, Eisen. Nicht nur Kohle. Das ist natürlich schön. Und noch mehr Eisen. Ja, klasse. Ist das geil. Aber wir könnten langsam mal was anderes finden. Ich glaube, das Eisen kann mich dann auch einschmelzen. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich? Iron Ore. Was hieß denn? Oh. 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 Herz. Okay. Ich geh noch weiter. Es geht noch weiter. Das schöne ist, wir können uns immer jederzeit crafting table bauen. Ja, wir haben ja eigentlich soweit alles dabei. Ich bräuchte langsam mal einen größeren Rucksack. Also... So, das wars ja, oder? Ja, das war's. Nein, das braucht man nicht. Ach, ist das schön. Das ist ja wie Weihnachten. Klasse. Schnell mal her damit. Das war's jetzt aber. Gut, haben wir das erste schon mal erledigt. Ich gehe das mal hier hoch. Mal gucken. Das sind Limeberries. Was gibt's hier oben? Das ist noch nicht ohne Grund hier. Ach, ja, alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Hier wollte ich aber beim letzten Mal nicht runter, weil irgendwas... Warum wollte ich hier nicht runter? Wollte ich gar nicht. Nein. Äh, wasser, wasser, wasser. Schnell, schnell. Danke. Jetzt wissen wir aber, dass ihr auch nichts weiter ist, was uns interessiert. Ich sehe hier jetzt... Ich sehe hier jetzt gerade nichts. Nein. Da haben wir es mal hin. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ach, Mensch, ich brauche Sand. Auch unbedingt. Sand. Dann holen wir uns doch Sand. Nehmen wir doch mal gleich das, was hier so rumliegt. Baut sich die Axt da auch ab? Nö. Doch, tut's doch. Dann nehmen wir die natürlich nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sand, 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 sand. Ganz viel Sand. Ich weiß halt nicht, ob hier nachts jetzt auch die Kannibalen kommen. Wir haben zwar erst 12 Uhr, aber ihr wisst ja, das geht hier sehr, sehr schnell rum mit der Zeit. Ah, ja. Das Gute ist bei Sand, wenn wir das mitnehmen daraus, können wir ja auch Glas machen, was wir hier bei den Trecken nicht können. Der bringt uns mal gar nichts. So, haben wir jetzt genug? 33 Stöcke. Müsste doch eigentlich... soweit in Ordnung sein. Denke ich mal. Gut, müsste reichen. Dann können wir uns nämlich jetzt auch hier irgendwie nach oben bauen. Ah, genau. Das heißt, einmal da. Oh, das ist jetzt richtig. Nicht so ganz. Ich brauche noch eins und den Bruder. Ja. So. Mensch, wird es halt noch? Kriegt das noch hin? Jetzt haben wir es. Und jetzt müssen wir hier nach oben. Also es war völlig unlogisch, was wir hier machen, aber naja, gut. Wenn man es kann. Warum sollte man das nicht ausnutzen? Ja. Jetzt nehmen wir mit unserer Axt und weiter geht's. Weiter geht's. Oh, ich brauche Werkzeug. Ich brauche Werkzeug. Mal gucken, wie groß die ist. Doch, die scheint auch ein bisschen größer zu sein. Ja, das sieht gut aus. Die machen wir hier rein. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Fackeln mitgenommen. Es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Achso, hier haben wir doch Fackeln. Jetzt machen wir eine hier her. Also über Eisen brauchen wir uns jetzt nicht mehr beschweren. Da haben wir relativ viel jetzt. Finde ich gut. Daraus kommen wir uns dann auch mal ein bisschen härtere Eisen... Ach... Eisen Spitzhacken machen. Na gut, ob die jetzt härter sind, weiß ich gar nicht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, jetzt brauche ich mir hier mal schnell einen Crafting Table. Und zwar Holz, Holz, Holz. Ach ne, ich habe schon einen. Ha. Ich habe doch schon einen. Den nehme ich doch extra für solche Fälle mit. Man sollte immer einen Crafting Table dabei haben. So. So. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Vor allem das Schöne ist das Holz und den Stein, den findet man doch relativ häufig. Also das ist nicht das Problem. Deswegen haben wir eigentlich unendlich Waffen oder Werkzeuge. So, jetzt machen wir noch eine. Denn da drüben ist ja gleich wieder eine Ader. So. Ähm. Ne, das bauen wir unten. Die Crafting Table brauchen wir nicht. Gut, gut, gut. Ich wollte noch irgendwas machen. Wenn ich jetzt einmal hier bin, was war denn das? Genau, ich wollte, ja, alles klar. So, und daraus wollte ich jetzt. So. Jetzt haben wir jetzt meine Stäbe alle aufgebraucht. Könnte sein. Ja, komm. Ja, komm. Hättest du das Werkzeug nehmen müssen. Gut. Ich nehme auch mit. Natürlich. Dann müssen wir jetzt da rüber. Das mache ich nicht weg, weil es nicht genug Sand gibt, sondern weil es mir sonst im Weg rumschwimmt, wenn ich hier was mache. Ähm, da müssen wir hoch, alles klar. Da komme ich jetzt aber nicht hoch. Blöd. Achso, das sagt gerade aus wie ein Kannibale, oder? Könnt ihr das Video nochmal kurz zurück machen? Das sagt gerade aus wie ein Kannibale, der da oben rum rennt. Äh, achso. Mensch, Leute, warum macht ihr mir das Leben so schwer? Muss das sein? Siehst du jetzt da drauf? Danke. Ja, wir haben da, wir haben da und wir haben da. Bevor es hier aber dunkel wird. Nee, brauche ich gar nicht. Ich brauche mich ja gar nicht da hochbauen. Quatsch. Und das gleiche Spiel von vorne. Das ist hier ganz schön viel Do. Und los geht's. Ah, hier geht's raus. Das sollten wir uns vielleicht mal frei halten. Ja, gut aus. Ja, das brauche ich ja auch nicht. Das könnt ihr ruhig behalten. Das ist noch was? Nö. Das füllen wir mal ganz schnell wieder auf. So, dass es nicht im Weg rum steht. So, 18 Uhr. Es ist 18 Uhr. Was mache ich denn jetzt? Mal langsam den Part Schluss, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Danke. Ich weiß ja nicht, was da hinten noch alles ist. Also hier scheint noch einiges los zu sein. Na, mal gucken. Ich wollte ja eigentlich nur kurz die eine Arbe abbauen, aber jetzt habe ich mich hier ein bisschen per baut, verquatscht. Da hinten sehr viel Grünzeug. Da ist bestimmt auch irgendwo was versteckt. Ich baue mir jetzt hier mal kein Haus. Ich wollte sowieso mal gucken. Wo ich mir die Häuser baue. Am besten eins in der Mitte. Eins relativ links. Rechts oben. Und dann links und rechts unten. Aber ich gucke gleich nochmal. Ich mache jetzt auch mal schnell hier sicher. Damit die mich nicht erwischen. Was war denn das jetzt schon wieder? War das der Drecksartor? So. Weil das dürfte doch jetzt eigentlich. Da dürfte ich eigentlich. Ah, da sind sie doch schon. Da seht ihr das ja. Kriegen die mich jetzt nicht? Ah, da kommt näher. Kriegen die mich oder kriegen die mich nicht? Ich hoffe mal nicht. Das wäre echt blöd. Abbauen durften sie eigentlich auch nicht so weit können. Weil da müssen sie sich ja was hinbauen, dass sie dann treppentechnisch nach oben kommen. Na, ich glaube. Ich glaube, wir sind ja relativ safe. Wenn der Artmer nicht kommt, wo der jetzt auch immer ist. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wir müssen wirklich mal Rüstung und andere Waffen, dass wir uns mal gegen die durchsetzen können. Obwohl ich nicht weiß, ob die dann respawnen. Ich bin mir da nicht sicher. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit dem Potschluss. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Und ja, ich bin dann soweit für heute erstmal fertig. Ich werde morgen noch ein bisschen weiterspielen. Und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also bis dann.